Für das Ninja MMA von Streetfight Team rufe ich in die blaue Ecke Jan Warnasch! In die Ronde Ecke rufe ich von Nummer 10, Red Forbattery! Red Forbattery! V Skype! Red Forbattery! Red Forbattery! Red Forbattery! Christoph! 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 Das ist ein Wettbewerb. Getsch, 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 Getsch! Getsch, Getsch! Getsch, Getsch, Getsch! 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 Leer UNBeutativen! Mach! Wir haben! Wir dürfen hier nicht nachden. Schnell! Merde! Wir dürfen hier nicht nachdenken! Wir dürfen hier nicht nachdenken! Stürgen! Das ist ein anderes Wort! Sextumgan! Schraim! Ja, ja! Das war's. Kriak, jaaa! Ja! Reddko! Reddko! Reddko, reddko schon! Reddko! 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 Wir haben uns in der Runde 2 gespielt. Mit fertigem Lockout. Wir haben uns in der Runde 2. Wir kriegen die Rollseite! Wir haben uns in der Runde 3. Wir haben uns in der Runde 2. Wir bekamen die Runde 3. Wir haben uns in der Runde 3. force.